Geschirr ist wieder zu klein, müssen wir mal wieder neu zu stellen. Such den Anschluss. Such den Anschluss. Der Wind kommt auch vom Anschluss. Ich habe ein Wundbett und eine Verweiserstelle. Ich kriege jetzt den Anschluss. Da ist der Anschluss. Ich sitze auf der Seite. Und dann geht's den Anschluss. Und dann geht's die Schlauch. Und dann geht's den Schlauch. Das war's für heute. So, lass ich jetzt die nächste Verweise schon. Kildi, zeig mal her. Ja, du kannst sie natürlich kurz einmal kurz zeigen. Das ist gut, immer mal ein Meter links, ein Meter rechts. Hier sind wir durch, da ist jetzt hier die Frau. Über die freie Fläche, da hinten kommt ein Wundfett. Da sind wir fertig. Wundfett ist da vorkommen. Was ist hier? Ja. Gut. Gut. Ja. Klasse, such weiter. So, hier geht's weiter. Okay. So, hier geht's. Okay. So, hier geht's. Hier ist jetzt ein bisschen mehr retour. Ja. Ja. Da ist jetzt auch ein Fleisch. Sind wir hier dran? Ja. 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 Was ist denn da? Oh, gut. Ja. Feine Maus. Ja. 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 Ja.